Servus meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, PUBG. Ich weiß zwar nicht, ob ich es schon mal angekündigt habe oder auch nicht. Keine Ahnung. Zum Gameplay. Wir sind leider zwar kein Chicken Dinner, aber es gibt Schlimmeres, würde ich jetzt sagen. Definitiv aber war ich mit dem H.O. unterwegs. Und wir haben eigentlich eine schöne Runde gerissen. Wir sind auch unter Top Ten, glaube ich, gekommen. Wollte eigentlich gar nicht aufnehmen, hat das Aufnahmeprogramm nur nebenbei mitlaufen. Ja, also ich labere jetzt nicht irgendwas speziell zum Gameplay dazu. Ihr hört mich und den H.O. natürlich im Hintergrund reden. War ich eine geile Runde. Sind oben abgesprungen. Ganz oben halt, wie ihr seht. Weiß jetzt den Namen leider nicht. Ja, war ich, wie gesagt, eine sehr, sehr geile Runde. Haben auch Kills gemacht, hatten auch guten Loot, muss ich sagen. Und es war einfach eine sehr, sehr geile Runde. Danke auch nochmal an dich hier, H.O. War wirklich sehr, sehr geil mit ihm zu spielen, heute wieder immer wieder. Mit alten Kollegen. Und wenn du das Video jetzt hier siehst, ja, so einen Scheiß müssen wir echt nochmal machen, ja. Also wirklich sehr fein zusammengespielt. Und wirklich eine sehr, sehr gute Runde. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel quatschen, ja. Ich habe die unwichtigsten Szenen rausgeschnitten. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was zählt. Und ich wünsche euch einfach sehr, sehr viel Spaß beim Gameplay. Schaut es euch an, wenn es euch gefeiert hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und natürlich über ein Abo freue ich mich jederzeit. Gut, bis dann. Haut rein. Viel Spaß. Ciao, ciao. Nee, das auf keinen Fall. Aber wenn, wissen wir ja, ein Auto steht ja eh hier. Und mit STRG-M kannst du es wieder integrieren. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich finde, das ist ein richtig guter Move. Ja, zwei andere. Wovon einer, glaube ich, AFK runtergeht. Nee, doch nicht. Äh, ich sehe noch vier andere. Also. Was hast du? Vier andere sind da. Ja. Die bewegen sich jetzt auch alle hier in unsere Richtung. Ich bin wieder im Diner. Ich bin wieder in der Kirche. Oh, guck mal, hier eine Vector, zack. Oh, Akeim. Die holzt man dann gleich nachher weg. Die werden nicht weit kommen. Ohne erweitertes Magazin ist das Ding nicht so der Burner. Ja, Mantel. Ich stehe auf dem Mantel. Weißt schon, wie der Blade aus Ding hier, ne? Direkt neben mir ist einer runtergekommen gewesen. Ich nehme dir eine SCAR mit. Oh, M16. Gut, ich nehme dir keine SCAR mit. Nee, die Zone. Oh, Zone ist noch nie. Soll ich doch. Niemals nie. Gut, also für die AKM habe ich definitiv genug, Moni. Bei mir liegt ein Zweierrucksack, falls du brauchst. Jetzt habe ich auch einen. Okay, gut. Und noch 15 Schuss, 67. Ja, ich glaube, man, wie viel habe ich jetzt? Nee, ich habe jetzt 300 Schuss, das reicht mir. Ja, wo hat sie 556 noch gewonnen? Habe ich mitgenommen, habe ich mitgenommen. Ah, okay. Aber ich kann dir gerne was abgeben, das ist gar kein Ding. Ich habe zwar 30, 60, aber ich habe eh für die AKM genug, also. Ich habe jetzt 100 Schuss. Ah, gut. Ich habe eben noch was gefunden. Aber die sie rennen. Ah, hier, 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 bei mir, bei mir, bei mir. Bin da, bin da. Ja. Ausgenockt. Der zweite. Hast du ihn? Nee. Ich renne rum. Ja. Kommt. Seht zu dir. Ja. Will mir da pumpe. Warte, ich komme von der anderen Seite. Er kommt. Zu mir. Hab ihn. Beide tot. Jo. Nice. Scheißer Scheiß. Sehr gut, Kollege. Da oben fährt ein ORZ. Hat der noch was? Erweiter das für mich einmal. Warte, ich. Warte, kannst du mir einmal am Booster abgeben? Ja, klar. Erst mal einstecken. Also so meinst, ja, paar kleinen. Ist immer mein Scheiß. Immer weg. Und drinnen können wir handeln. Handeln? Hast du einen anderen Typen eh auch gelootet? Ja, ne? Ja, da hat er aber kaum was. Okay, gut. Siehste, mit dir macht Spielen Spaß. Danke, reicht mir schon. Einer reicht. Nimm, nimm. Ich hab jetzt noch ein Schmerzenmittel, zwei Energy. Okay, gut. Ich hab einen Koffer und 15 Verbände. Ja, ich hab nur 20 Verbände, kein Koffer. Ah, hier, AK-Monizio. Äh, ne, ist weg. Ist hier schon gelootet. Ja. Na gut, lass weiter. Müssen wir aufpassen. Bitte, bitte. Andere Seite, Straße. Zwei Leute. Auf 240 Grad. Ja, ja, ich seh's ja. Die haben uns auch gehört. Wir sind bei einem grünen Haus. Schau mal, ob ich den irgendwie erkennen kann. Naja, das ist scheiße. Wollen wir sie uns holen? Ja, wenn wir jetzt rüber rennen, haben sie uns. Granate? Hab ich keine. Achso, deine Granate. Oh, der schießt auf mich. Die haben eine Granate geworfen. Der ist hinten bei dem rechten. Einer ist am Eingang da vorne. Auf 210 Grad so. Ja, und der andere ist rechts hinten bei 255 am Eck. Hm, hab ich mir schon gedacht. Ja, also beide drin jetzt, glaub ich. Ich muss sagen, was wir jetzt machen. Ah, der, einer ist raus. Der ist wieder bei der Ecke hinten. Oh, ne. Eine Granate. Kann mir nix anhaben. Hinten am Auto ist wieder einer? Ja, ja, er schaut, er schaut. Umlaufen können sie uns nicht, das würde man mitkriegen. Ja, aber die haben Zonenglück. Die sind in der Zone, wir nicht. Mhm. Ja, gut, wir könnten rein theoretisch über rechts ausweichen. Das wäre jetzt nicht das Ding, ne? Ja, ich laufe nach hinten weg. Ne, scheißegal jetzt. Hinter wird mir das zu eng. Ich laufe hinter die Kirche. Oh, me too. Ich habe halt keinen scheiß Scope. Ja. Da sind sie. Auf Südosten. Wir haben uns auf jeden Fall gesehen. Ja, ja, ich seh sie. Wir müssen in die Zone. Ja, die erste macht zum Glück nicht so einen Schaden. Ja, hast du so viel Medic? Ne, das nicht. Sind wir in der Zone. Ja. Ja. Was tun wir jetzt? Ja, scheiße. Sieh, sieh sie hin. Pass auf, Digga. Ja, wir haben... Da ist er. Da ist er, einer. Er kommt rechts, von rechts, von rechts. Ja. Er ist ausgenommen. Und zweiter ist tot. Ja, haben wir beide. Oh, Vierfachsucher? Okay. Er hat eine Mini-14, deswegen. Brauchst du einen Reddart? Oh Gott, ich hätte einen Reddart zum abgeben. Oder hat er dir einen Visier? Zweifach. Hatte dir noch was, was du brauchst? Medic-Kasten habe ich jetzt auch einen. Nehmen wir nur das AR-Ding noch. Nate hatten wir leider keine, gell? Ne. Scheiße, die Vektorff hat jetzt richtig gut gefickt, ne? Ja. Ey, guck mal, wir haben ein richtiges Glück mit der Zone auch wieder. Gar nicht weit weg. Was hat der andere noch gehabt? Oh, warte. Der hatte auch guten Staff, aber nicht jetzt so. Fast nix. Eine Mini. Ja, die kannst du haben, wenn du es magst. Ich habe doch eh keinen Scope, also scheiß drauf. Ich habe ja nicht mehr ein erweitertes Magazin, ah ja. Warte, ich kenne dir, warte mal. Ich habe eins hätte ich. Ja, hau raus, ich habe nämlich nur ein Schnellwechselmagazin. Warte, ich schmeiß dir hier hin, schau. Nehm. Hä? Wo ist es denn? Du musst hier liegen. Du musst ganz runter scrollen, ja, ganz runter. Ne. Doch? Dann habe ich das Schnellwechselmagazin hingelegt. Hä, warte mal, warte, ich nehme das Schnellwechselmagazin, dann habe ich es vertauscht. Ne, dann, war das deins, was da lag, oder meins? Ja, nein, ich habe das hingelegt. Leute, du musst weggeglitscht sein, weil ich habe jetzt auch keins mehr. Ja, ist egal. Na ja. Warte mal. Ne. Das ist nur Muni. Gescheißen. Ja, ist halt so. Wollen wir weiter? Wir müssen nämlich weiter. Scheiße, ich hätte noch was des Dings gebraucht. Let's go. Na, egal. Komm, komm. Aber die Vector, die behältst du jetzt, glaube ich, gell? Ja, ich spiele die auch gerne. Ich finde, die Feuerrate, der hatte gerade gar keine Chance, aber wir haben die richtig gut ausgeteamt, muss ich sagen. Weil du bist vorgerusht, ich bin deswegen extra hinten geblieben, weil der ein andere wollte dich ja eben von hinten holen, ne? Haben wir gut hingekriegt, haben wir gut geteamt. Ich wusste ja, dass du hinter mir bist, deswegen war alles gut. Eben, du kannst dich ja auf mich verlassen. Na ja, 67er. Granate wäre schön. Ich packe hier nochmal Bandagen ein. Packe ein. Ja, ich hab jetzt zwei Medicoffer. Und einen anderen Spieler. Zone kommt, wir müssen jetzt direkt da laufen gleich. Geht sich aus. Ich muss meinen Kurs beibehalten. Da oben steht ein Buggy, ein scheiße Spieler. Wo? Am Baum auf 285 Grad. Aber erstmal in die Zone. Hinter den Steinen hier, müsste reichen. Ja. Der war bei 285 Grad. Bei dem. Da sitzt du da, bei dem Baum. Bei dem hole ich mir. Ah, fuck, von links. Oben irgendwo. Scheiß Position hier jetzt. Ich hätte gesagt, noch nicht schießen. Aber, naja. Sorry. Du bist weg. Na, macht nichts. Gar nicht rum. Kommst du nicht rum, oder? Ne. Scheiße. Ich laufe. Einer Zone lang. Von oben wieder. Da steht genau oben auf. Siehst du? Siehst du? Ist tot. Oh. Pass auf von hinten, ja. Hinter mir. Scheiße. Ey, der hat einen Schalli gehabt. Ich will den Namen. Und den Vierfach-Sucher und dann gehen wir. Ich baue jetzt auf die Ska und mir ist das zu doof mit der AK, die verzieht mir da zu viel. Wir müssen dringend weiter, Kollege. Aber der hat noch drei Nails. Hatte der noch einen Helm? Ja. Und Dreier-Weste. Uh. Und Moni. War aber schon kaputt. Moni. Geil. Hey. Was? Alles gut. Okay. Wir müssen schnell weiter, sonst sind wir gleich tot. Ah, ich kann nichts mehr mitnehmen. Ja, scheiß drauf, komm. Ja, gut. Ich habe eh fast 200 Schuss. Das reicht. Noch 17. Na halt. Und über 200 für die Vector. Ah, ich habe nicht darauf geachtet, wenige Griffstücke. Scheißegal. Willst du direkt laufen, oder? Boah, die Zone kommt. Scheiße. Direkt laufen. Auf dem Berg kommt einer runter. Auf 300 Grad, Fahrzeug. Scheiß drauf, die Zone. Ja, der ist hinterm Berg. Der ist genau hinter einem Stein. Der ist genau rechts, hinter dem Stein. Der schießt auf mich. Ausgenockt. Wir sind in die Zone. Ist ausgenockt. Ja, aber da ist noch einer hinter dem Stein hinten. Ja, jetzt auf mich, ne? Von oben. Super, Einkoffer habe ich. Der ist tot jedenfalls. Er schießt jetzt hier auf mich. Ich bin erstmal safe. Ich bandagiere mich hoch. Aber ich habe keine Booster mehr, gell? Da hinten gehen Rauchgranaten hoch. Habe ich einen ausgenockt. Ja, und da hinten sind Rauchgranaten. Da müssen wir aufpassen jetzt. Ja, nice! Fünf Kills. Nice, Bruder. Hast du den bei mir links auch geholt? Äh, links? Ja, wo die Rauchgranaten sind, meine ich. Nee. Gut zu wissen. Ich habe Rauchgranaten. Au. Was? Ich habe da was gesehen. Hinter dir. Hinter mir? Ja. Ist tot? Was? Ja. Links von mir schießt irgendwo was auf mich. Westen. Wo die Rauchgranate ist. Ich konnte den gerade nicht holen. Dann sehe ich nichts. Aber wir müssen in die Zone, ne? Ja, ich bin fast tot. Aber ich meinte, den habe ich geholt. Der war auch instant tot. Ja gut. Zu dir. Was soll ich machen, Alter? Scheiße. Über die Straße. Pass auf, du läufst gerade direkt auf ihn zu, ne? Ja, was soll ich machen? Weiß ich nicht. Da oben ist der Airdrop. Alter, ich müsste in der Zone sein. Aber immer noch zeigt das mir an. Ich bin drin. Ja, ich denke, ich auch. Alter. Jetzt kriechen wir hier. Alter, guck mal, wo die Zone ist. Weiter rechts, ne? Ja, hoch. Aber richtig. Da oben sehe ich einen? Am Baum, ja. Nee, nicht am Baum. Ich sehe noch einen. Ich sehe einen am Baum, geradeaus, auf 300 Grad, zwischen 300 und Nordwest. Kannst du den holen? Nee, der ist hinterm Baum. Für mich. Warte, ich riskiere. Der sitzt genau hinter dem Baum beim Airdrop. Ja, genau den meinte ich. Tot. Hinter dem Baum ist aber auch noch einer da. Gradanzahl, 285. Äh, Nordwest. Beim Airdrop, der Baum. Da muss noch einer dahinter sein. Ach, bei dem Baumchen. Wir müssen laufen, glaube ich, fast schon. Ja. Aber der sitzt dahinter, glaub mir. Der wartet. Ich habe jetzt sieben Kills oder so. Sehen würde ich nix. Dahinter. Doch, dahinter. Ganz ruhig. Leute, der kriegt keinen Schaden. Rechts neben mir knallt es auch. Ey, was denn? Wo schießt denn der rechts? Die Zone. Nein, hat mich ausgenommen. Ja, ich bin fast tot. Ja. Ja, ich bin tot. Scheiße. Ja, der eine hat keinen Schaden gekriegt mehr. Ja, den habe ich auch geschossen. Der hat mich ja kaputt gemacht. Ach, scheiße. Immerhin ein nices Gameplay. Ich habe ihn achtmal getroffen oder so.